Und wenn du nur einen erreichst und jetzt machen wir das trojanische Pferd und der gibt Glücksprinzip, Schneeballprinzip an drei weiter. Ja, also erstmal ist es wichtig, das hört sich irgendwie wie aus American Dream Stories an, aber es ist tatsächlich nicht zu spät. Also ich habe mein erstes Stipendium mit 24 bekommen, also sehr, sehr spät. Mein Co-Founder hat es mit 16 bekommen und wir sind trotzdem irgendwo in derselben Richtung gelandet. Und unser CFO, unser Schatzmeister hat in der Hauptschule angefangen. Und ist jetzt sehr stark mit seiner eigenen Unternehmensberatung. Also tatsächlich hilft es dran zu bleiben und was noch in meiner Story zumindest geholfen hat, ist, ich muss es ja irgendwie, ich habe ja diese Gelegenheit bekommen, ich habe diese Chance bekommen. Diese Chance, mich weiterbilden zu können und diese Möglichkeit gibt Deutschland her. Man kann an öffentliche Universitäten gehen, man kann auch dort danach zu sehr, sehr guten Arbeitgebern hin. Und dass man das immer im Hinterkopf hat, es ist nie zu spät.